Das ist Militärkultur Hey du, was machst du da? Psst, exerzieren. Darf ich mitmachen? Klar, du musst mir alles nachmachen, aber im Glied nicht sprechen. Das darf man als Soldat nicht. Anderslang, dreh dich um. Das heißt, anhalten. Hopp, zwei, drei, vier. In the military style. Hello, what are you doing? Shhh, really? Can I do it too? Sure, just do it I do. But don't joggen rings. It's against the relations. The other way. Turn around. That means stop. One, two, three, four.